Wie transportiert man Bretter, Kisten oder andere sperrige Dinge sicher im Auto? Tipps dazu gab in Korbach Uwe Völker vom Automobilclub Europa. Damit will der ACE helfen, Unfälle durch ungesicherte Ladungen zu verhindern. Wenn es das Auto ermöglicht, ist festzuhren sinnvoll, rät Völker. Kästen oder Getränkekisten stehen am besten direkt an der Rücksitzlehne.